Hallo und herzlich willkommen hier bei LSU TV an diesem wunderschönen sonnigen Sonntag. Quasi WM-Sonntag. Wir am Wochenende, das heißt wieder LS Retro Time. Wir sind ja auf der Basmar Land. In den ersten Folgen habe ich ja schon angefangen hier die ganzen Silus leer zu machen. Die Felder am Hof, die habe ich alle schon weg. Habe alten Krempe verkauft, den man so gar nicht mehr braucht. Und ja, jetzt bin ich hier mit zwei Dräschern zu Gange. Den einen hier fahre ich selber. Den anderen fährt der Kollege Helfer. Um hier mal etwas zu Potte zu kommen, weil ihr seht ihr, das sind alles nur Sonnenblumen. Und als Startfahrzeug war ja so ein Marcel Ferguson Drascher dabei. So ein Uralter. Den seht ihr nachher auch noch, weil ich muss etwas hin und her springen. Ich habe nämlich bis jetzt nur den kleinen Fenke Tee. Alles andere habe ich verkauft. Und muss zwischendurch umkuppeln, den Drascher abtanken und den anderen Drascher auch noch abtanken. Und das wird ein bisschen tricky. Aber das kriegen wir auch schon Eis hin. Und erst mal fahre ich mit dem hier noch weiter, dachte ich. Und wenn ich die Sonnenblumen runter habe, alle, werde ich auch den nach Save Ferguson verkaufen. Und mir dann hier einen größeren Drascher holen für die größeren Schläge. Die hier gehen noch alle, aber die größeren, das ist ein bisschen viel für den kleinen hier. Gucken, dass wir hier das Vorgewende kriegen. Und, ähm, ja. Was mir heute wieder aufgefallen ist, ich habe ja das G27 jetzt schon, wo, gut zwei Jahre. Aber ich hatte von Anfang an in der Mitte ein bisschen Spiel. Ich habe das auf 900 Grad Lenkung eingestellt, weil, wenn ich schon so ein Lenkrad habe, dann will ich auch die 900 Grad nutzen. Aber ich habe in der Mitte immer etwas Spiel, das habe ich bei anderen Spielen nicht. Wie jetzt zum Beispiel ETS, ATS oder so, habe ich kein Spiel. Null. Nur hier bei LS. Keine Ahnung, woran es liegt, ob LS jetzt keine 900 Grad Lenkung unterstützt. Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Und da ist er auch schon voll. So, das heißt, ich muss hier mal eben um umswitchen. und den Kollegen hier abtanken. Weil wir wollen ja, ne? Hier schön. Oh, der ist voll. Ihr seht jetzt, das hier sind alles noch Sonnenblumen. Hier Außenansicht. Und da hinten war, glaube ich, noch ein Acker mit Sonnenblumen. Das will ich natürlich jetzt nicht hier verschenken. Ich will da drunter nehmen, noch alles. Und dann weg mit dem Eindrescher. Dann mache ich auch keine neuen Sonnenblumen mehr. Ich habe hier noch Kartoffeln. Da muss ich mir noch ein Kartoffelroder raussuchen. Ich hatte, glaube ich, früher mal, als ich das Elfer gespielt habe, intensiv. Das war, glaube ich, so ein Balko. Oder Bolko, keine Ahnung. Balko, Kartoffelroder, ein Zweireiher oder Einreiher. Der ging eigentlich ganz gut. Und für die Zuckerrüben hatte ich immer meinen heiß geliebten Stoll V202. Das ist echt ein Klassegerät. Damit habe ich im Elfer bis zum Abwinken, bis Ultimo Kartoffeln gerodet. Weil das Ding hat nur zwei Reihen. Aber richtig genial. Der sieht richtig schick aus. Ein bisschen alt verrotzt und so, wie sich das gehört. Und damit konnte man immer gut arbeiten. Er hat ja leider den Weg nicht ins 15er geschafft. Ich hoffe, dass wir den irgendwie ins 17er kriegen. Weil das wäre echt eine geile Sache. Stoll hat ja eigentlich früher diverse Rübenroder gemacht. Es gab einen V50, einen V100 gab es, glaube ich. Dann den V202. Und das letzte war noch ein V300, auch gezogen. Und dann gab es auch von Stoll einen Selbstfahrer. Das war aber, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der richtig eine Serie gegangen ist, oder ob das nur so ein Prototyp war, mehr oder weniger. Aber Stoll machte jetzt gar keine Zuckerrüben mehr, sondern nur noch, also Rübenroder, Stoll machte jetzt nur noch, sagen wir mal schnell, Frontladertechnik. Finde ich eigentlich sehr schade. Weil die kleinen, die kleinen Rübenroder, die waren nicht immer schick. Die waren richtig klasse von Stoll. Sind übrigens auch noch viele heutzutage im Einsatz. Man glaubt es kaum, dass noch so viele Stoll im Einsatz sind. Aber das war ja früher anders. Wir hatten ja auch einen Stoll auf dem Hof früher. Und ja, da musste man die Zuckerrüben nur alle selber abfahren. Und da konnte man auch nicht fahren, wie man lustig war. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere dran. Da gab es von den Fabriken so ja, so Märkchen. Und die waren aufgeteilt. Du konntest nur so und so viele so und so viele Hänger die Woche wegfahren. Und wenn du die voll hattest, dann war Schluss. Dann musst du stehen lassen bis zur nächsten Woche. So, mal gucken, ob ich bis nach vorne komme. Bei meinem Glück wahrscheinlich wieder nichts. Es ist ja immer kurz vor Ende ist das Ding doch noch voll. Ich werde hier dann auch noch Schwadablage machen. Also mal gucken, ob ich hier den Bimbo-Gut eingesetzt kriege und sein Helfer. Ah, wie voll ist der mit Sammlung? Den lasse ich jetzt erst mal jetzt hier noch das hier runterfahren. Kann ich eigentlich schon mal abtanken, weil der wird eh nicht ganz leer, der Drescher. Ja, wie gesagt, Plan ist jetzt halt hier das Getreide noch runterzureißen. Dann möchte ich ganz gerne Ballen pressen, dass wir was für die BGA kriegen, dass wir da schon mal Glück kriegen. und dann gucke ich, dass ich je nachdem auf jeden Fall dann einen größeren Schlepper noch hole. mal gucken. Es gab mal so einen 1400er XL, glaube ich, der hat so richtig schön gebrüllt. Den hätte ich eigentlich ganz gerne. Mal gucken, ob ich den noch mal wieder finde. Also falls einer das Ding hier weiß, wo das her war, kann er mir gerne einen Link in die Kommentare reinsetzen. Den hätte ich ganz gerne und vielleicht noch was Stärkeres. Nicht so übertrieben irgendwas mit 300 PS irgendwie. Entweder ein Klaas Axion oder ein 700er, 600er Fendt irgendwie sowas. Ihr könnt gerne mal was reinhauen, was ihr für gut beachtet. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen Gras machen für die für die Kühe und die damit schon mal was füttern und denn wenn genug Geld da ist, dann hole ich dann auch einen Häcksler und noch ein, zwei Schlepper und dann geht's an Mais und wenn wir im Mais sind, da könnte ich gut Hilfe brauchen. Also wer da Bock hat, dann mit mir Mais zu häckseln, der kann sich auch gerne melden. So, jetzt muss ich aber mal okay, der ist feuer, also tanken wir den erstmal ab und dann setzen wir den Drescher um. Na, gut, ich habe genug Geld, ich könnte mir eigentlich noch einen holen. Ich glaube, das mache ich auch jetzt bald. Dann brauche ich nur umswitchen, nicht immer hin und her. Leider das ist schon ein bisschen nervig. Dann hole ich mir noch so einen kleinen hofflepper, kann man ja immer gebrauchen. habe eigentlich immer ganz gerne so zwei kleine, die hier für so Kremskrams da sind und ja, zwei größere halt für schwere Ackerarbeiten. So, das war es für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Es gibt noch viele andere Sachen wie jeden Samstag, Wochenende, LS Retro, freitags, LS 15, mittwochs Bausimulator und montags ATS, ETS in dem Sinne, bis dahin. Ciao.